Schatzi, willst du was dazu sagen? Elfriede, ich suchte. Mach den scheiß Funzel aus. Ja, scheiß da. Wie lange nimmst du denn überhaupt schon auf? 31 Minuten. So lang? Du hast schon Zeit, ey. Ich bin da im Stress. Und du musst da die Scheiße aufnehmen. Obwohl die Scheiße fast noch da liegt. Von heute früh. Was ich da, ich arbeite so lieber nicht. Deswegen kannst du Dienstag nicht so. Klubrille. Ja, wegen dir. Wegen mir, ich such das. Ey, Friede, wenn ich immer noch so drauf. Ach, ich krieg dich. Die Scheiß-Munde-Klinge aus. Hab ich wenigstens einen geilen Arsch? Ja. Sehr gut. Ah, 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 ah. Jetzt kannst du schon wieder das Ausmacher, gell? Ne. Ja, doch. Ne. Das ist Privatsphäre, wenn man auf dem Scheiß aus hockt. Also, auch wenn du noch arbeiten musst. Das ist das Gleiche. Guck. Jetzt musst du die Mutter dann rein und dann die Beilachsch... Beilachscheibe auch vergessen. Die muss dann noch hin. Dann kannst du das feststellen.